mit rambazamba durch die gamer welt hallo und herzlich willkommen hier bei let's play today ich bin's wieder euer tom thompson und die isabel ist auch da und der herr von der letzten folge wo ich kurz abwesend war und nicht gemerkt vergessen habe dass ich aufgenommen habe er hat sich übrigens entschuldigt also kein problem er wird jetzt auch wahrscheinlich öfters mal hier mit in der aufnahme sein ich sehe ihn gerade nicht weiß gerade den namen nicht irgendwas mit shadow wars ich sage jetzt einfach mal ja der shadow der wird jetzt dann öfters wahrscheinlich mal mit dabei sein und der michi natürlich aber der michi ist jetzt halt aufgegangen der muss morgen früh aufstehen so und wir werden jetzt weiter an der kuppel bauen ich wollte ja hier dieses aquarium sozusagen bauen und das mache so bevor wir jetzt anfangen mit dem halt nein quatsch das ist ja wir nehmen uns jetzt wasser mit weil ich habe nämlich schon einen plan für das für die kuppel so so ich will mal gucken ob das so funktioniert wie ich mir das vorstelle zack so Okay, das funktioniert nicht so wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe mir das jetzt ein bisschen cooler vorgestellt, aber das funktioniert so nicht. Ähm, also müssen wir das wieder weg machen. So, wartet mal. Jetzt komme ich da nicht hoch. Komm. Geht doch. So, das hier müssen wir wieder weg machen. Nee. Nee, nee, das kannst du machen. Das ist kein Problem. So, dann setzen wir hier den Wassereimer hin. Und da den Wassereimer hin. Jetzt müssen wir gucken, wie wir das Wasser hier weg kriegen. Ich glaube, hier die Ecke war das. So. Okay, wir müssen das hier zubauen. Das nützt nichts. Okay. Wir haben hier jetzt gerade ein kleines Problem. Ich kriege das Wasser hier nicht mehr weg. Warum nicht? Ich habe mich hier jetzt so zugebaut auszusehen. Ich muss das hier irgendwie wegkriegen. Wir lassen erst mal das Wasser hier. Ah, guck mal. Das fließt hier vorbei. Das ist schon mal gut. Genau wie ich es wollte. So, und hier soll das auch vorbeifließen. Ja, perfekt. Genau so soll das sein. So. Guck mal hier. Das fließt hier einfach vorbei. Ich habe ja jetzt schon das Wasser hier oben weggenommen. Von wo eigentlich die Quelle ausging. Aber irgendwie kriege ich das ganze Wasser hin. Ich habe bloß Glas dabei. Weißt du, das will ich jetzt nicht verbrauchen. Na, fließen tut es von hier aus. Ich habe das schon alles weggenommen hier. Du kannst es bei Isabel, du kannst es verteilen. Tust ein bisschen was bei Isabel rein und ein bisschen was bei mir. Ich glaube, das fließt von hier aus irgendwie. Von der Seite hier. Hm. Ja. Das war's. Was machst du jetzt? Lässt du mich im Stich? Warte, ja warte, ich probier's mal selber, ich krieg das bestimmt hin, irgendwie. Nimm einfach mal zwei, drei Blöcke hier weg. Eimer? Ja, mit einem Eimer hab ich's auch probiert und ich hab hier dann was weggenommen, dann ist es dort zum Meider geflossen, dann hab ich hier was weggenommen und hier was weggenommen. Und das Wasser kann man irgendwie nicht wegschaufeln, das ist das Problem, was ich jetzt daran hatte. So, warte mal, ich setz jetzt mal hier einen Block hin. Ah, guck mal. Ja. Na, jetzt kommst du nicht mal hoch, du kannst die... So, wie bin ich da vorher hochgekommen? So. Genau, jetzt ist es wieder normal. So, achso, ähm, ich brauch mal... Man, da baue ich den jetzt hier rüber dran, hier drüben erstmal dran. So. Und hier mach ich... Ne, ah, ich weiß, wie ich's mache. Ich weiß, wie ich's mache. Ganz einfach. Ach, komm. Ich mach den einfach. So. Gib mir mal das Glas. Ja, ich hab auch ein bisschen Brot dabei, wenn du was brauchst. So. So, jetzt sollte das... Rein theoretisch sollte das ja jetzt vorbeifließen, ne? Wenn du jetzt hier eins hinmachst. Ein Wasser. Ja. Geil. Das wird, äh, von drinnen kann man dann durchs Wasser laufen. Ich mach dann hier hinten noch einen Gang und dann kann man durchs Wasser laufen. Und kann dann... Guck mal, wenn ich... Kann ich jetzt hier auch Wasser hinmachen? Das sollte eigentlich gehen, oder? Du hast keine Karte mehr, oder was? Dann nimm dir... Nimm dir meine aus meiner Truhe. Aber bevor du dann aufgehst, halt wieder zurücklegen, dass ich dann halt die wieder hab, wenn ich spiele. So, genau so wollte ich's haben. Genau so. So. Was ist das? Ein Mini-Basin? So. Hier darfst du natürlich nichts drüber bauen, ne? Hier darfst du kein Wasser hinmachen. Wo hier jetzt grad ist. Was ist das? So. So. Ja. Super. Ah, nein. Nein. Man hört... Ne, man hört nur mich. Ich hab jetzt Kabel bestellt, oder bestelle jetzt Kabel, und dann wird das demnächst irgendwann so passieren, dass das geht. Ne, das Problem bei mir ist, ich nehm mit der Elgato auf, und bei der Elgato funktioniert das nicht. Ja, da muss ich... Brauch ich mehrere Kabel, dass man, äh... Ja, da brauchst du, ja, diesen, diesen Neterakte... Ja, da muss ich... Ja, da muss ich... Ich habe keine Ahnung. Also ich werde dann auch in Zukunft mehrere Maps betreiben für die Leute die jetzt gerade zuschauen. Also wir werden dann immer mal abwechselnd auf jeder Map ein bisschen weiter bauen. Zur Zeit sind es noch zwei Maps und demnächst dann auch noch eine dritte. Aber wir wollen erstmal ein bisschen auf der machen. Und wenn wir hier, ich sag mal so seit einem Monat nehme ich erst richtig auf. Es läuft auf jeden Fall ganz gut also ich habe schon andere Kanäle gesehen die haben jetzt zwei Jahre schon am Laufen und haben gerade mal 50 Abonnenten. Ja und ich habe jetzt sag ich mal vielleicht zwei Wochen wo ich mir richtig jetzt Abonnenten aufgebaut habe. Also es sind ja jetzt 26 innerhalb von zwei Wochen glaube ich und ja einiges an Videos und insgesamt glaube ich 800 Klicks. Ich habe ja zwischenzeitlich mal kurz 500 Klicks verloren weil ich Videos gelöscht habe. Ich wusste nicht, dass wenn man die Videos löscht, dass einem die Klicks verloren gehen. Und sonst hätte ich jetzt wahrscheinlich schon 1500 Klicks insgesamt so. dann. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich brauche noch einige, weil ich muss da auch noch weiter bauen. Ja, ja klar. Wir haben jetzt natürlich hier in dem Tunnel noch Wasser drin. Das werde ich nachher noch entfernen. So, jetzt müssen wir mal von hier unten... Ich habe noch nicht viel von der Map entdeckt. Okay. 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 Ja, das kann ich nicht. Kannst du machen. Nee, es hört sich gut an. Kannst du machen. 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 So, jetzt haben wir schon mal das Grundgerüst hier. Und dann soll das Ding hier ja unter der Erde weiterlaufen. Äh, unter dem Wasser meine ich. So, ich muss mal gucken. Also ich kann die Erde jetzt hier erst wegbauen, wenn ich hier zugemacht habe. Wo, wo denn? Das, das wird noch fertig gemacht, mein Haus. Äh, du kannst. So. Ja. Ich habe da letztens ein lustiges Video gesehen. Alter. Ich habe so einen kleinen... Ich habe gerade so einen kleinen Grafik-Bug entdeckt. Ja, aber nur... Wo bist denn du gerade? Achso, komm mal hier runter. So, und dann komm mal hier an die Seite und guck mal durch den Wasserfall durch. Siehst du das? Du siehst das ganze Erdreich hier unter Wasser. Kannst da so wie durch so... Du kannst da so durchgucken. Und dann siehst du, was unter dem Wasser ist. Siehst du das? Es geht nur, wenn du außen an dem Wasserfall bist. So, kannst du... Du musst mal reingucken. Ich habe schon mal den... Du musst mal so einfach... Ne, du darfst nicht drinnen stehen. Du musst hier so an der Seite stehen und durchgucken. Durch den Wasserfall. Dann kannst du die Erde sehen. Was... Was so unter der... Unter der Wasseroberfläche ist. Du siehst das ganze Erdreich. Was unter der Wasseroberfläche ist. Siehst du da. Kannst du durchs... Durch... Durchgucken irgendwie. So. Musst mal reingehen. Ich habe da meinen Tunnel hier schon zu Ende gebaut. Also, ein Stück weiter gebaut. Es kommt auch mal drauf an, wie viele Folgen ich aufnehme. Also, ich werde nach... Ich glaube, es ist die dritte jetzt. Und danach werde ich auch Feierabend machen. Denke ich. Ich habe auch kein Glas mehr. Ich brauche Glas. Ich brauche Sand. Wir haben wieder schon. So, wir müssen Sand holen. Wieder mal Sand graben. Ja, du kannst so richtig hafenmäßig was bauen. Ja. Ja. Na, du kannst so richtig hafen. Ja. Ja, pass auf, mach, genau. So, wir graben hier noch ein bisschen Sand weg. Okay. Okay. So, bloß, bloß. Ja, super, danke. So, wir brauchen Stöcke. So, wir brauchen uns nochmal eine Schippe. So, die Folge ist auch gleich zu Ende. Ich werde dann, wenn ich aus der Aufnahme raus bin, ein bisschen Sand farmen. Für die nächste Folge werde ich mal ein bisschen Glas herstellen noch. So. 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 führt er dann halt durch das Meer ein bisschen durch. Dann kann man halt so ein bisschen unter Wasser gucken, wie es da unten drunter aussieht sozusagen. So Leute, die Folge ist zu Ende. Ich stelle jetzt noch ein bisschen Glas her für die nächste Folge. Wir werden noch ein bisschen Sand farmen. Wir werden viel Glas brauchen für das Bauwerk, was ich jetzt da geplant habe. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Schaltet wieder ein bei Let's Play Today. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.